Wir wollen ein separates Schulfach, um hier ganz gezielt Fachlehrkräfte einzusetzen, die nichts anderes machen als Alltagskompetenzen, Verbraucherbildung, Ernährungswissen an die Kinder und Jugendlichen zu vermitteln. Das ist unser Ansatz und das ist auch der Ansatz der Landfrauen im Bayerischen Bauernverband. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass ich seit zehn Jahren mindestens schon Unterschriften sammle, als damalige Kreisbäuerin, um dieses Schulfach in alle Schularten hinein zu bekommen. Leider ist der Wille bisher nicht da. Es wird immer nur mit Projekten gearbeitet. Die Projekte sind uns eindeutig zu wenig. Wir haben Zahlen und Fakten, dass wir das Wissen an die Kinder nicht richtig vermitteln. Und hier muss von der Staatsregierung nachgebessert werden.